So. Also, wir beenden das Game. Ich muss jetzt ganz kurz noch was machen. Wir waren da unten. Jetzt sind wir hier hochgegangen. Aber der Sound ist jetzt wieder auf Licht, äh... Lichtohrenverstörung. So, oh, das ist ein Backtrack. Das ist ein cuter Backtrack. So, das heißt, die Brücke geht hoch. Der darf jetzt weiter. Wir haben noch sehr viel Schuss. Und diese Waffe nach wie vor OP. Ich hab bloß ein bisschen Angst vorm Endboss. Ich hab Angst, dass beim Endboss die Waffe nicht OP ist. Dass sie eher so shitty ist. So, Klappe offen. Darf ich hier auch rein? Hallo. Marker. Jetzt. Ich dachte, ich muss meinen Marker verfolgen, Leute. Also, die machen ja extrem entspannte Safe States. Jetzt ist ja schon wieder Suss. Leute, das ist ja schon wieder Suss. Suss. Was haben wir für den Podcast mit Bart eingeplant? Äh, die hab ich schon gemacht, ja. Wenn du den LOL meinst, dann ja. Muss immer an hier zum Florentin denken. Ja, die spielen das jetzt auch, oder haben das schon gespielt, ne? So, wir bringen den Marker zum Sockel. Wow, wow, wow. Alter, ich dachte, er ist schon beschädigt. Wie mache ich denn das? Wo werde ich denn nicht gehauen? So. Hello. So, da unten ist noch was, ne? Tschüss. Warte, der lebt noch? Wie? So, hier sind überall Blibbelblubbels. Die müssen wir alle ausschalten. Da hinten spawnt einer, das ist eklig. Ich versuche mal, beiden... Oh, no, no, no. Ich versuche mal, allen gleichzeitig Schaden zu machen. Aber uns nicht von Mr. Tentacle treffen zu lassen. Warum sind die rot, Leute? Warum sind die so rot? So, dann machen wir den hier. und so einen Long-Range-Flammenwerfer. Okay. 120. Äh, 102. 102. Leute, wie viel Schuss ist das denn bitte? So, FPS gibt's hier auch nicht mehr. Die FPS sind gone. It's over. Bam. Oh, das war keine Absicht. Jetzt habe ich da ein schwarzes Loch erschaffen. Tschüss. Warte, ist da mir einer? Der da. Aua. Aua. FPS. Ich will meine FPS wieder. Leute, wo sind meine FPS? Oh, das hat nicht gezählt. Ich habe keinen Schuss. Alter, was ist hier los? So. Weg mit dir. Wer war das? Das Kack-Baby dahin. Alter, 17 FPS. Geht noch weniger. Alter, Flammenwand. Noch eine. Bruder, warum stirbt der nicht? Alter, die treffen mich. Ich dachte, wir verbrauchen das jetzt noch alles. Text-Log. Nee, okay, Text. Wer ist denn das? Leute. Was ist da hinten los? Okay. Oh, nee. Hey, ich stresse das doch. Lass mich jetzt mal hier übrigens ein bisschen gucken. Leute, FPS gibt es heute nicht. Wir sind im Endgame. Da brauchen wir sowas nicht. Also wäre eigentlich schon gut. Boah, keine Ahnung. Filmkorn aus. Okay. 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 Leute, FPS wurden noch nicht erfunden. Es werden immer weniger. Aber es ist ja auch hier. Guck mal, wie viel hier ist. Komm ich da rein? Wahrscheinlich gleich. Ein Kopf. Nicole, hilf mir. Ja. Warte. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Nicole. Wir sind wieder vollkommen. Wir sind vollkommen. Notfall. Geo-orbitaler Gravitationsstrahl offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Ihr lasst das Personal sofort evakuieren. Bruder, wenn das nicht runterfällt, brauchst du gar keinen zu evakuieren. Ich starte den Strahl neu. Das bringt uns Zeit. Oh, Alter, wie laut es war. Ja, wohin? Ich muss hier stehen. Leute. Ach hier, das Fenster ist im Arsch. Ja, schreist lauter an. Wait, die ist wirklich da. Die ist nicht da. Was tut leid? Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. Warte, wo ist die FBS hin? Wo ist die hin? Nur Gerede. Um mehr ging es bei seiner Forschung nicht. Ist nicht viel, oder? Wie bringt man ihn zum Zuhören, wenn er oben kommt, wer Gens bettelt? Ich hatte eine andere bettelt. Alter, ich schaffe es nicht. Gut, dass wir Untertitel haben. Es tut wirklich weh. Das, also das muss ich jetzt kurz fixen. Das ist ja... So. Also, ich habe jetzt hier nochmal den Rechner Luft holen lassen. Guck mal, bitte, sieh trotzdem über gut aus. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Nicole. Sehr gut. Wir sind wieder vollkommen. Leute, guck mal, wenn die... Wenn das nicht überhitzt, sieht das voll gut aus. Richtig? Geh. Geh mal lieber... So, rein. So, wieso kriege ich jetzt nochmal Geld? Kriegen wir noch nichts. Ja, aber du machst doch so. Die Ladung aus dem planetaren Abbau wird bald fallen. So, das ist deine Chance, Isaac. Aber wenn du es immer noch nicht verstehst, helfe ich dir. Ein letztes Mal. Rickling wird überbrückt. Siehst du, jetzt bis zum Ende an. So, guck mal, voll schön. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier... ...teilt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Nur auch Gerede. Die FPS geht weiter runter. Ich habe Angst. Um mehr ging es bei seiner Forschung nicht. Ist nicht viel, oder? Wie bringt man ihn zum Zuhören, wenn er um die Konvergenz bettelt? Red schneller! Ich hatte eine andere, bitte. Die FPS sinkt. Und alles zerfällt auseinander. Und dann hörte er zu. Mach, dass es aufhört, sagte ich. Ich weiß nicht, ob er mich verstand. Was genommen wurde, kann ich nicht zurückgeben. Warum kann ich dich nicht wiedersehen, Isaac? Oh oh. Jetzt kriegen wir einen Vollkoller. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Video harmoniert nicht so gut mit Streaming. Bruder, das ist ein externer Rechner. Wer ist das? Oh. Sie sind dead. Oh. Oh. Sie haben sie gesehen, und du sagst Nicole. Jakob. Ich bin nicht Jacob. Oh krass. Sehr gut. Nein, es ist vorbei. Wir sind wieder vollkommen. Ich werde Sie nicht noch einmal bitten, Croft. Nein, es sind genug Menschen gestoppt. Dann tun Sie es doch. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ein FPS. Leute, die Temperatur. Wir sind noch bei 70. Was? Ich sehe nichts. Klar kann ich... Ich werde hier so geslowt. Das Shuttle. Ich kann es noch schaffen, bevor sie aufbricht. Leute. Leute, wir wissen nie, wann er zu heiß wird. Warum werde ich denn hier so geslowt? Also ist doch... Also hier ist ja nicht mal ein Kampf. Uh, da werde ich hier noch mal zugeschissen. Alter, ist ja hier Loot Heaven. Okay. Also wir machen jetzt unsere letzte Shopping-Tour. Letzte Shopping-Tour. Stasse. Sauerstoff werde ich sowohl nicht brauchen. Oder... Machen wir noch einen schönen Knoten. Und noch einen. Je mehr Knoten, desto besser. Das wird schon funktionieren. Leute, wir sind noch bei 50. Es geht immer weiter runter. So, das war alles Gravitationsfeld, ne? Das ist scheiße. Wir machen auf jeden Fall hier noch Schaden. Nee, Impuls nicht. So, Plasma-Kader. Können wir noch mal Cup erhöhen. Anzug. Nur nicht den besten Anzug, tatsächlich, ne? Machen wir noch mal Stasse. Der Rest in die Energiekanone. Wir probieren einmal das Gravitationsfeld. Leute. Gut, speichern. Ich glaube, ich hätte Feuer speichern sollen. Falls ich doch mehr Healing brauche, aber... Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, und E. Oh, oh, die FPS, Leute. Ja, wir sind schon wieder überhitzt. Oder? Es geht schon wieder los. Ach, du Scheiße. Nehme ich doch mit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein. Die redet noch. Alter, wie viel Loot da ist. Der ganze Loot. Oh, da. Der ist weg. Sehr gut. Und los. Bleib hier. Don't move. Zappel nicht so. Scheiße. Oh, der kotzt. Der kotzt mich voll. Scheiße. vor Loot. Ja, ich treffe nicht. Das explodiert gleich. Das hat nicht gezählt. Die kriegst ja nur Flammenwerfer-Munition. Hat der Flammenwerfer überhaupt so viel Range? Sieht nicht so aus. So. Explodiert gleich. So, er hat schon mal keine Augen mehr. Was ist das? Weg. 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 Was willst du machen? Was willst du machen? Wir sind bei 30 FPS, Leute. 30 FPS noch. Sollte mal weniger. Weg. Weg. Wow. Wie deutsch ich. Wir müssen doch seine Balls schießen. Weniger Flammenwerfer. Ja, könnte die Antwort sein. Weg. 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 Wooh. Una genau. Weg. 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 Reloading. Oh, also jetzt ist hier nicht mehr so viel Platz. Oh! Nee. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Puh. Leute, die Sonne blendet. Ja, mich auch. Wie soll ich das dodgen? Ah, ich schlach's war schon weg. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nur nicht. Ah, das zählt auch nicht. So. Medic. What the fuck? Soll ich das treffen? TFS. Vamos. Amateur. Hörnlose Beute. Ich hab das Kollektiv vernichtet. I need it. Bevor der Rechner durchgeschwolzen ist. Alter, krasser Start. So schnell war ich da oben. Ja, das ist ne heftige Explosion. Dark Mode. Die FPS sind zurück. Huh. Ist auch nur noch ne Cutscene. Ist auch nur noch ne Cutscene. We did it, Leute. Look at us. Wie dreckig ich bin. Trotz Helm. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Warum hat er das jetzt angemacht? Hat er es gelöscht? Die CPU wird er von selbst beruhigt. Ein bisschen, oder? Ist halt random. Die hat uns geknutscht. War ein Knutschi? So, we did it. Und das ohne, dass die CPU abgeschmiert ist. Aber ich werde es trotzdem reparieren müssen. Ich gucke mir trotzdem die Paste an. War ein sehr schönes Game, Leute. Viel kürzer, als ich's, äh, als Let's Play in Erinnerung hatte. Bin aber auch ne Maschine, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm. Kann ich jedem empfehlen? Gibt ein NG Plus tatsächlich. Ähm. Und Level 6, Rick freigeschaltet. Neues Spiel plus. Banded Space 2. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, dieses... Wir werden es erstmal, glaube ich, nicht schaffen, weil ich hab jetzt erstmal sehr viele Games vor mir, die Souls-like ich sind. Darauf hab ich richtig Bock. macht der NG Plus bei sowas Sinn? Ja, weil man kann anscheinend ein anderes Ende freischalten. Das soll wo gehen. Jetzt warten da sich neue Gegner und vielleicht auch ein paar neue Geheimnisse. Wie soll man den Jumpscare am Ende deportieren? Naja, der hat schon ne Meise, tatsächlich. Isaac hat schon Dachschaden. Durch den Marker. Deswegen... Sie war ja tot. Deswegen ist der zweite Teil... Das habe ich ja auch als SP-Pay gesehen, weil immer noch kein Rechner. Ähm. Deswegen war auch der zweite Teil... sehr, sehr geil. Weil Isaac da viel aufarbeitet. Ich glaube, der dritte war ein bisschen weird, weil da wollte man so Co-op... Co-op und sowas reinbringen. Aber der zweite Teil war richtig krass. Weil da wird nochmal super viel... Ich glaube, der ist sofort in der Nervenklinik oder sowas. Ich glaube, das ist der Anfang. Dass er einfach in der fucking Klinik ist. Das ist schon brutal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was.